Hi, hi! Arthur, das ist mein Freund. Und zusammen spielen wir jetzt ein Lied. Es heißt Punkrock, äh, nee, für eine Handvoll Punkrock. Wir spielen das ganz langsam und erklären, wie es geht, damit ihr das natspielen könnt. Denn wer es am schnellsten spielt, gewinnt. So, also wir brauchen zwei Schläge D7, zwei Schläge C-Dur, und ein, so ein Paul hat er heute, oder, mit G-Dur. Das machen wir nochmal. So, jetzt kommt ein ganzer Schlag, äh, ganzer Dings, äh, D7. Dann ist die Reppe, macht D, ein ganzer Dings, C-Dur. Und dann kommt zwei ganzen Dinge ins G-Dur. Das ist die Strophe. Wir machen mal zusammen, ganz langsam, ja? Eins, zwei, drei, los geht's. Bandrock ist nicht schwer, drei Akkorde müssen her. Manchmal geht auch einer näher. Bandrock, bandrock, das ist leicht. Ein bisschen rumgeschaddelreich, und will es gehüpft wie leicht. Okay. Das ist die Strophe. Üben, gleich geht weiter. K quite might Espero, Und da kommt unsere Platz, Und Mission haben نifférence. Und wo immer wieder,